Hey Freunde, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Drohnenfall Und ja, wir sind hier Wie ich herausgefunden habe, die anderen Maps kann man nur in Full Game erreichen Also man kann die noch nicht spielen Erst wenn das komplette Spiel draußen ist Wir können nur zur Zeit das hier spielen Und wir spielen Mit Bogen Mit Schwierigkeitsgrad komplett Also die Gegner sind schwieriger, mehr XP Und halten mehr aus Dann nehmen wir das da Und das da Probieren wir mal so Ob wir es schaffen, keine Ahnung Weiß ich ja nicht Okay, erst hier das Zack, der Drohnen Jetzt können wir auch schon die Mauer bauen Und das ist mein Ziel Gewesen Also wir starten Den ersten zwei Runden brauchen wir noch nichts machen Ab der dritten Runde Müssen wir Soldaten Wir sind ja für den Nahkampf Und die Burg schießt ja auch mit Wacklich So, jetzt müssen wir hier hin Da oben kommen acht Soldaten Da wird es jetzt schon etwas Schwieriger Deswegen holen wir uns direkt hier Soldaten Ritter Und starten Sonst haben wir ein Problem Okay Fall Bogen Zack Perfekt Okay Jetzt gehen wir hier rüber Und natürlich die kleinen Häuser Weil die bringen uns Ja das Geld Und ich mach mal Ich muss So Und starten Snipen sie natürlich So Okay Easy Okay, okay Mauer direkt Vom Bogenschützen als nächstes Bauen wir hier den Bogenschützen drum hin Und bauen das Haus Und Können wir starten Hier als erstes die Bogenschützen Zack Kriegen wir aber alles hin Die Maus ist im Weg Weg damit Okay Was machen wir jetzt nächstes Wir müssen erst gucken was da kommt Okay Hier hin Ähm Normale Bogenschützen Dann würde ich sagen Ein Haus Gehe ich nochmal hier komplett durch Mehr können wir nicht aufrüsten Dann haben wir noch drei Gold Um mehr Gold zu kriegen Machen wir das Und dann starten wir Und ich gehe direkt hin Ja Verloren Und wir haben das maximale Level Level 13 Ist zur Zeit in der Demo Das maximalste Wir haben versagt Meint ihr verursachen Deutlich mehr Schaden Aber Du Ernst Gegner lassen weniger Gold fallen Machen wir das mal weg Und dafür machen wir mehr Lebenspunkte Oder Okay probieren wir es Wir kriegen jetzt mehr Gold Deutlich mehr Gold jetzt Und wir starten Okay mehr Gold Zack Erster Gegner gleich down Ist weg Okay Hier Bisschen 5 6 7 9 Perfekt Noch eine Hütte Achtturm Ablenkung Ein Feld Start Und fertig Auf die Mütze Mies 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 König Jetzt noch 2 Gold Ja Das machen Und direkt starten Ich kümmere mich direkt um die hier oben Weil die gefährlich sind Okay Ein Hammer drum Ich kümmere mich erst an Gut gut Ja perfekt Mauer Soldaten Morgensterne Wachtturm Jetzt haben wir ein paar 4 Komparate Unser eigener Ritterorden Okay Okay hier Ganz schnell Und let's go Und tot Perfekt Oh Gott Okay jetzt kommen die Den Turm hoch Soldaten Armbrust schützen diesmal Ach Gehtturm hoch Probieren wir es so Jetzt ganz schnell nach vorne Den muss ich als erstes hier Geschafft Oh mein Gott Uh Geschafft Was kommt jetzt nichts 20 Bogenschützen Oh das könnte mies enden Mehr Soldaten Das kannst du vergessen Nein Doch 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 Was greifen sie dann als erstes an Das ist praktisch Und dafür haben wir kein Grund mehr Okay let's go 20 Soldaten 20 Bogenschützen Direkt angriffen Okay Zuerst spawnen die Bogen Die Schwerter Zack Äh gut Okay okay Was kommt als nächstes Zeig es mir an 15 solcher Dinge Und das war's Okay Das könnte recht Böse enden Reicht nicht dafür Dann weiß ich was ich mache Aufwerten 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 Bauen 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 Der Gold Komma Und jetzt starten Jetzt hier hin Und jetzt schießen Einfach nur Okay geschafft Ein Gebäude zerstört Der Rest gibt uns jetzt Einen Haufen Gold Wieder Okay 10 10 Was kommt da 30 Soldaten Hier sind 50 Dann machen wir hier wieder Soldaten Hochleveln 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 Dass das Wen es uns jetzt Gold gibt Hier ein Turm Perfekt Und starten Die da oben greifen Jetzt erst Perfekt Angriff Einer ist tot Gut War gut Jetzt Angriff Und der letzte war's Fertig Gut überstanden Okay Was kräft jetzt an Fünfe Zähne Fünfe Fünfe Okay Es sind alles nur Wie schaffen wir das Ding jetzt Ja Jetzt gehen wir auf Königlich Bauen hier direkt Eine Soldaten Mit Mo Natürlich Morgenstern Und bauen hier eine Mauer Und starten Zack Jetzt darf hier kein Gebäude fallen Komm mit mein Kleiner Komm Komm Sei brav Und du Zack Okay Was bauen wir als nächstes Okay Da unten kommen 30 Und ein Berserker Ein Berserker Ein Berserker Das sind drei Berserkers Und Es werden Okay Wir leveln die Soldaten Ein Häuslein Umso mehr Häuser Wir haben Umso besser Mehr Soldaten Reicht das Ja Und Jetzt haben wir noch Fünfe übrig Können wir die Häuser hochziehen Neues Okay Drei Für die Mauer Und wir starten Wo kommen sie als erstes Da drüben Ich kümmere mich auch mit da drum Und da oben kommen sie als erstes Zack Zack Down Geh kaputt gegangen Aber wir haben es geschafft Okay Was kommt jetzt 50 Bogenschützen 30 solcher Dinge Applaus Wollt da rein Mauer hoch Wachturm Wachturm Mauer hoch Turm hoch Und Turm hoch Und hier auch Mauer hoch Wenn es noch reicht Nein Okay Okay probieren wir es so Keiner ist tot Gut Die Morgenstern Typen sind sehr krass Geschafft Perfekt Perfekt Okay Wo kommen die Gegner Da kommen Fünfe Das war's Okay hier Farm hoch Zack Dass wir mehr Möglichkeiten Jetzt haben Und Geld kriegen Sogar Warten wir mal hier Probenschützen mit hin Direkt Und ich würde sagen Wir können starten Natürlich halten die jetzt mehr aus Natürlich wollen sie mich Oh Gott Gut das haben wir gut überstanden Okay jetzt kommt Und der große Angriff Ja Wie ich gedacht habe Direkt hier hin Ihn hier Ihn hier Und direkt hin Mehr können wir nicht Ich habe jetzt gerade die Türme Extrem hochgezogen Katapulte sind mein Gebiet Ja guck da sind die Türme schon kaputt Das ist so richtig unfair Ah jetzt sind sie auch schon drin Und down Schafft man glaube ich nicht Oh Gott Na kommt Na kommt Ja wir haben verloren Schade Ja okay Wir haben es versucht Also wir haben es versucht Und hoffentlich hat euch das Spiel mal gefallen Wenn ihr es selbst spielen wollt In der Videobeschreibung verlinkt Und wenn euch natürlich diese Folge mal wieder gefallen hat Lass doch gerne ein Abo Und ein Like Macht mich ganz Erfolg Und wir sehen uns im nächsten Video wieder Und Ciao 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 Ciao